Die Höhe, die Höhe. Diga conmigo, die Statura. Quantos años? Wie viele Jahre? Quantos años tiene Jesus, als er beginnt? Wie alt ist er? 30. Quantos años tiene Jesus, als er beginnt? 30. Frau, le llame so la atención. Die Höhe der Arche ist 30 L lang. 30 ist die Statur des perfekten Mannes. Mit 30 hat er begonnen. Also müssen wir unter unserer Struktur verstehen, dass es eine Höhe gibt, die man erreichen muss. Epheser 4, 11, 12 und 13. Lasst uns dort hin. Por favor. Epheser 4, 11, 12 und 13. Epheser 4, 11, 12 und 13. ¿Está listo para que terminemos la introducción en los minutos? Seid ihr bereit? Wenn wir jetzt die Einleitung beenden können in einigen Minuten. Amen. Amen. Kapitulo 4, 11. Kapitulo 4, 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, prophetas, evangelistas, pastores y maestros. Das Wort steht geschrieben und er hat die Einleitung gegeben als Apostel, andere Propheten, evangelistas, evangelistas y maestros y maestros y maestros y maestros. ¿Para qué? Wurzu? Afin. Zu vollendu. Siga, por favor. Sí. Afin de perfeccionar a los Santos para la obra del Ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Afin de perfeccionar a los Santos. Um zu vollendung der Heiligen. Kapitulo 4, verso 12. 4, 12. Por favor, sigamos. Also lasstos weitermachen. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud. A la medida de la estatura. ¿Cuánto? Wie viel noch mal 30? Ahora déjeme explicarlo. ¿Cómo hacemos, que la gente tenga esa estatura? ¿Cómo podemos hacer, que la gente tenga esa estatura? 30 años. ¿Cómo hacemos, para que la gente tenga esa estatura? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? ¿Cuál aggiungamos? ¿Cuál grouping? ¿Cuáles duplicamos? 5 Ministries. ¿Por5 de los σας? Los 5 de los servicios. Yo quiero hacerle una pregunta a la pastora, la ciudad que responde. ¿Puedo hacerle una pregunta a la pastora que responde? Also, was werden wir denn haben? Wir werden dann Menschen mit 30 Alten haben. Oder nur 4 Alten. Necessitamos los Ministerios? Machen wir die Dienste? Retrocedamos in el libro de Ephesios, capítulo 4, en el verso 9 y 10. Lasst uns nochmal zurückgehen zu Ephesia 4, 9 und 10. Para que veamos, de donde viene la historia. Damit wir sehen können, woher überhaupt die Geschichte her. Verso 9, was sagt es. Y eso de que subió. Y eso de que subió. Escuche, estamos hablando de la constitución de los cinco militares. Que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ok, présteme atención. De donde saca el apóstol Pablo, Ephesios, capítulo 4, verso 9, verso 10. 11, 12, 13. Woher bringt Apostel Paulus diese ganze Verse? Woher bringt Apostel Paulus diese ganze Verse? Woher? Del Salmo 68. Aus Salmo 68. Verso 18. Verso 18. Retrocedamos al Antiguo Testamento. Lass uns zum Alten Testament zurück. Corra con su Biblia. Renn mit deiner Bibel. Salmo 68. Salmo 68. Verso 18. Verso 18. ¿Lo tiene? ¿Habt ihr es? Lo leemos. Lesen bien. Dice. Exact. Y subiendo a lo alto. Por favor, leáselo en español. Ok. Subiste a lo alto. Sí. La cautividad. Tomaste dones. Ok. Presta atención. Tomaste dones para los hombres. Por quién más? Y para ¿quién? Para ¿qué tomo dones? Por quién tomo dones? ¿Cuántos Paquetes de dones conocemos? Paquetes. Son 20 y pico. Pero Paquetes. Aber Pakete. Also insgesamt, ich meine jetzt nur die Pakete. Donnes naturales. Natürliche. Donnes sobrenaturales. Übernatürliche. Donnes revelationales. Offenbarungsgaben. Und es gibt noch ein Paket. Donnes ministeriales. Dienstgaben für einen Dienst. Welche sind die wichtigsten der vier Pakete? Welche sind die wichtigsten der vier Pakete? Dass wir in Zungen sprechen. De repente, du hast einen Don. Plötzlich hast du eine pastorale Gabe. Aber du hast auch die Gabe auf den Zungen zu sprechen. Und du stellst dich vor Gott vor. Und Gott sagt, was ist welches sind deine Gabe? Also meine Gabe ist es, Pastor zu sein und in Zungen zu sprechen. Welchen hast du entwickelt? Solo die Zungen. Du hast zwei Gaben, sagen wir mal so. Du hast den Pastoralen. Und den Prophezeiungen. Aber ich habe nie prophezeit. Aber ich habe meinen Pastoralen Dienst erweitert. Ich sage dir, es gibt eine Ordnung der Prioritäten in den Gaben selbst. Priorität desarrollar los Donnes. Die Gaben zu entwickeln. Ministeriales. Des Dienstes. Versteht ihr mich? Versteht ihr das? Wenn wir eine Gabe entwickeln lassen, dann lasst uns in der Ordnung der Priorität sowas machen. Die Dienstlichen sind die ersten. Also sagt Gott, dass er den Menschen Gaben gab. Und auch a los. Quienes sind die Menschen, die Probleme haben mit dem Dienst. Also Gaben des Dienstes. Und die mit der Prophezeiung. Und die mit der Zunge. Und die mit der Zunge. Und die mit der Erkenntnis. Und die mit der Zunge. Und die mit der Erkenntnis. Und die mit der Erkenntnis. Und die mit der Zunge. Sie kommen zu dir so. Enojados. Und sie sind sauer. Wenn ein Mann solche Gaben auslöst. Oder etwa. Und solche Gaben benutzt. Welche sind die? Die Widerspanzler. Oder die Belchen. Digan conmigo, done para los Rebellen. Sagt Gaben für die Rebellen. Porque es una forma a Dios de tratar de traerlos. Es ist eine Art und Weise, dass Gott versuchen möchte, sie zu sich zu bringen. Jetzt lass mal kurz erklären. Salmo 103. Salmo 103. Los Dones. Die Gaben. Salmo 103. Salmo 103. Los Ministeriales. Die Dienstschüler. Son fundamentales dentro unserer Strukturen. Son fundamentales in unseren Strukturen. Das ist was der Mehrheit geschieht. Le pasó al Rey David en el principio de su Ministerio. Es ist ja auch König David am Anfang seiner Strukturen. Salmo 103, Vers 1. Salmo 103, Vers 1. Bendice Alma mia a Jehova. Bendice todo mi ser tu santo nombre. Bendice todo mi ser tu santo nombre. Bendice todo mi ser tu santo nombre. De k? Was? De olvidar. Sufricis. Olvidar k? Was te guess. Los beneficios de k? Die Güte. For mi. Mier Wohlہ. Wie viele sind es? Wie viele sind es? Es gibt keine Bissabotheit. Wir haben das erste schon genannt. Er ist der, der vergibt alle deine Unzion Apostolica. Er ist der, der vergibt alle deine Unzion Apostolica. Er vergibt alle Ungerechtigkeit. Er ist der, der vergibt alle deine Unzion Prophetica. Er ist der, der dich aus dem Loch holt. Er ist der, der dich krönt mit Güten und Wohltag. Und er ist der, der dich ernährt. Welche ist diese? Die, die dir das Essen serviert. Die, die dir das Frühstück serviert. Was ist das für eine? Die, 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 die... De modo... Salmo 103. De modo, que te rejuvenescas. Damit du dich, eh... Jünger machst. Diga conmigo, estatura. Dígalo, no, estatura. Estatura. Entonces, mi alma, no se puede olvidar de los cinco ministerios. Man sehle, diese 50s, nicht vergessen. Quedan formar parte de nuestra estructura para que tengamos gente perfeccionada, gente sana. Damit Menschen vollkommen gemacht werden können. Menschen, die rein sind. Si no vamos a tener bonsais. Denn sonst werden wir nur bonsais haben. Se entiende lo que un bonsai in a dem anderen? Wisst ihr, was ein bonsai ist? Also, harikiri. No se entiende. Los arbole, los arbole, los arbole, los arbole, los arbole, los arbole. Ja, keine Bäume, Entschuldigung. Pero viejos. Sind sehr alte Bäume. Tienen fruto. Sie haben Früchte, aber sie wachsen nicht. Keine bonsai-Bäume. Mire, lo que tiene al lado suyo. Dígalo, no naciste pas un bonsai. Sag, du bist nicht gebogen, ein bonsai. Naciste pas un granalo. Du bist gebogen, ein großer Ongel. Das du den vielen Sachen spenden wirst. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta. Ich möchte hier eine Frage stellen. Para que entremos en el mensaje de la mañana. Para que entremos en el mensaje de la mañana. Usted está entendiendo, como funcionan las estructuras. Ich verstehe, wie die estructuras funcionan. Vio que hay cosas, que no puedo olvidarme, las estructuras. Sie sagen, die dürfen, die nicht vergessen, las estructuras. No las puedo cambiar. Die kann ich nicht ändern. Sieht ihr das? Quisiéramos cambiar. Wir möchten das gerne ändern. Pero no se pueden cambiar. Sie kann man nicht ändern. Entonces, necesito que darle dentro de la estructura a la gente, la estatura que necesite. Die Menschen diese Statura geben muss, oder diese Größe geben muss, die sie verdient. 30. El apóstol Pablo menciona 4 medidas. Apóstol Pablo erwähnt 4 Maseinheiten. En el libro de Ephesio. Im Bucher der Ephesio. Cierto? Ja. Pero en el libro de Génesis, capítulo 6, verso 15, menciona solo 3. Aber in 1. Buch Mose 6, 15, wären nur 3. Aber la otra medida, die andere Maseinheiten, está un poquito más adelante, ist ein bisschen weiter vorne. Por favor, analisiámoslo. Also, lasst uns das mal lesen. Eso está en el libro de Génesis, capítulo 7, verso 20, Vers 20. Lo tiene? Habt ihr es? Dicen que las aguas subieron sobre el pico más alto de la tierra. Die Gewässer, also das Wasser ist hochgekommen und über die höchste Spitze gekommen. Hemos ido corriendo, porque tengo que llegar al tema de la mañana. Also, wir müssen jetzt ein bisschen rennen, weil wir jetzt ein bisschen... Ich gebe euch nur ein Beispiel. Also, es sind 15... 15 Ellen darüber nahmen die Wasserbücher. Die que tienen las medidas. Also, die Maseinheiten. 7, 20 de Génesis. 27, 1. Mose. ¿Cuántos Codos subieron sobre el pico más alto de la tierra? Wie viele Ellen hören? 15 Ellen. 15. Nuestras Strukturas tienen que tener algo imprescindible. Unsere Struktur sollte etwas haben, das nicht wegzudenken ist. 15 Ellen Tiefe. Es una medida, que se le ha revelado a Pablo. No se me ha revelado a mí. Pablo lo está diciendo. Es ist etwas, das Paulus offenbart worden. Es ist mir. Es ist etwas, das Paulus offenbart worden. Dass wir Fesen ganz zu verstehen, welche die Länge, die Breite, die Höhen und die Profundigkeit. Entonces, la profundidad de cuántos Codos es? Also, wie viele es die Nummer? 15 Ellen. Se le ha revelado a Pablo y no menciona el Génesis, capítulo 6, verso 20. Und er mit nicht 6, perdón. 27, meine ich. No lo menciona, porque 15 es Número de Misericordia. Er mit es nicht, weil die 15 eine Zahl des Erbarmen ist. Entonces nosotros, dentro de nuestra Struktur hay algo que no nos puede faltar. haben wir etwas in unserer Struktur, das wir niemals vergessen können. Porque la Iglesia tradicional ha sido muy legalista. Drei traditionelle Gemeinden zu... muy legalista. Sobre todo... ...sobre todo... Bueno, no voy a decir en Europa. Es todo el mundo. ...sobre todo el mundo. Usted va a Sudamérica, a Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica. Du gehst Sudamérica, Mittenamérica, Norteamérica. Y son legalistas. Und das sind traditionell... ...en muchos lugares. ...en vielen Orten. Ellos se olvidan de donde Dios los acog. Sie vergessen, woher der Herr sich ausgeholt hat. Se entiende, no? Versteht man das, oder? Hace unos años atrás. Einige Jahre zuvor. Yo pensaba de... ...en que la gente tenía que tener... ...tenía que ser a una manera. Ich habe gedacht, dass die Menschen eine Art haben müssen. Ehrlich gemeint. Y si no le gustaba, la gente tenía que irse. Und wenn es die Menschen nicht gefallen hat, dann müssten sie gehen. Y el Señor me habló. Und Gott hat zu mir gesprochen. Und hat zu mir gesagt. Hast du jemals einen Tropfen Blut ausgegossen, für die diese Menschen leben? Nein, nur Menschen sein nicht. Wer bist du denn, um zu... ...bergen zu... ...also um jemanden gehen zu lassen, oder... ...zu rufen? Das kann nur ich machen. Ich bin... Also Gott ist der Besitzer der Gemeinde. Wir sind vielen zu träge geworden. Y hemos exigido a la gente und wir verlangen von Menschen Sachen wie nicht mal wir selbst. Me estás comprendiendo? Versteht ihr mich? Quiero que comprendan, quiero que comprendan, hay algo que no puede faltar dentro de las estructuras. Es la misericordia. Erbarmen. La misericordia por los perdidos. Erbarmen, für die, die verlogen. La misericordia por la gente, que necesita conocer la verdad. Für die Menschen, die Wahrheit kennen müssen. No estoy diciendo que regalemos nada. Weiß nicht, wir müssen etwas schenken. No he dicho eso. Nein, das habe ich nicht gesagt. Pero he dicho que tenemos que ser misericordiosos. Wir müssen Erbarmen haben. Misericordiosos para perdonar. Y perdón es olvido. Und Vergebung bedeutet vergessen. Se entiende, no? Versteht man doch, oder? Porque hay mucha gente que perdona pero no olvide. Es gibt Menschen, die vergeben, aber sie vergessen. Das ist ein anderes Thema. Diga conmigo misericordiosos. Sagen wir mit mir Erbarmen. Usted va a decir, de donde saca este hombre que quince es misericordiosos. Woher, woher sagt das überhaupt dieser Mann, das 15 Erbarmen ist? Bueno, hay un montón de Versículos. Also es gibt viele Verse. Pero le voy a contar uno. Aber ich werde euch einen sagen. Dice la Biblia que hay un rey. Die Bibel sagt, dass es einen König gibt. Isaia le entregue una palabra. Isaia gibt diesem König ein Wort. Y le dice, prepara tu casa porque te vas conmigo. Bereite das Haus vor, denn du gehst mit mir. Und er sagte, que se puso a hidrat, se fue contra la pared. Und er sagte, er hat angefangen zu weinen und es ging die Wand gelaufen. Y cuando el profeta se va, Dios le dice al profeta, vuelve. Und el profeta sagt wieder zu ihm, komm zurück. Yo le doy 15 años. Si ich kenne die noch 15. Ja. Diga conmigo misericordiosos. Misericordiosos. Erbarmen. Y usted va a decir, por qué 15? Warum 15? Pero 15 misericordiosos. Aber 15 es Erbarmen. Está conmigo. Seid bei mir. Aparece muchas veces en la Biblia. Es kommt oftmals vor in der Bibel. Pero creo yo que tiene que volver a la iglesia en misericordiosos. Aber ich glaube, die Gemeinde muss... Sobre suerte Struktur. Viele strukturierte Menschen in misericordiosos. In Gnade. Amen. Gnade. Versteht ihr mich? Tenemos que volver en misericordiosos. Wir müssen dieses Erbarmen wiederbekommen. Okay. Okay. Usted me ha entendido la importancia de la estructura. Ja, habe ich jetzt verstanden, was die Struktur alles heißt. Le do simplemente un ejemplo a modo de introducción. Also, ich habe euch jetzt nur ein Beispiel gegeben, das ist jetzt die Einleitung. Entramos en otra más compleja. Wir kommen jetzt in noch einen größeren Feld. En la media que nos vamos interiorizando, nos metemos en otras Komplettidades. Die Tiefel, wie wir gelangen, gelangen wir in andere in größere, komplexere Bereiche. Acompáñenme al Tabernáculo. Begleite mich zum Zelt. Diga conmigo segunda Struktur. Sag, jetzt mit mir zweite Struktur. Está conmigo. Háte bei mir. Tenemos que parar en unos minutos. Al 12 punto. Tenemos 20 minutos. Ambre noch 5 minutos. Cierto? 12 punto. Miremos si podemos darle un tiempo a cada hermano que pueda expresar lo que recibió. Ahora mismo? Porque tenemos esta noche un servicio en Ritzelsheim que todos pueden venir. Maravilloso. Pero Apóstol, ¿quiénes van a estar esta noche ya? ¿Quiénes van a estar esta noche? Espera, Abndabaisen. En Ritzelsheim. 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 ahora, ahora, bien. 15 minutos. ¿Está bien? Porque a qué hora de la edad toman los testimonios? ¿Uno, lo tomamos ya? Lo que usted diga. Usted, el jefe, No, es el jefe. Termino hasta la 12. Ok, 12 menos 5. Perfecto. Acompáñenme al tabernáculo por un momento. Geh mit mir zum Z, bitte. ¿Cuántos se acuerdan de esa bendita estructura? ¿Cuántos se acuerdan de esa bendita estructura? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué tú se acuerdan de eso? Yo quiero que me levanten la mano los que se acuerdan de esta bendita culpa. ¿Se acuerdan de esta bendita culpa? Las medidas, los materiales, ¿Se acuerdan? La disposición. Nadie. Niemand. Imposible entender la iglesia. Tengo que entender todas esas sombras de figura. Das alles, ¿verstehen? Diese Schatten und diese Figuren. Versteht man doch, ¿versteht man? Acompáñenme por un momento. Begleite mich einen kleinen Moment. El tabernáculo estaba compuesto de tres áreas. Z, la más grande, das größte, se llamaba o se conocía como el atrio. El atrio. El lugar santo. El lugar santísimo. El lugar santísimo. El profeta Amos en el capítulo 9 en el verso 11. Amos sagt en capítulo 9 vers 11. Suelte una profesía. Y dice en los postreros de los tiempos. En los postreros de los tiempos. Restauraré el tabernáculo caído de la vida. ¿Se acuerdan de eso? Normalmente la gente cuando toma esa profesía cree que está hablando de la alabanza. cuando la gente sobre la profesía de los tiempos dicen que es es que es un alabanza. Sinceramente no sé por qué lo dicen. Pero yo creo que el tabernáculo es lo que dice Pablo. Es lo que dice Pablo. en el capítulo 9 hasta la restauración Es parte. Es es parte. Pero no es todo. Vamos a la parte que en manos interesa. Cuando tú entrasabas al tabernáculo la idea era llegar al lugar santísimo war es la idea en el lugar santísimo Atrio Atrio Lugar santísimo Heiliger Ort Heiligster Ort Cuerpo El Atrio Atrio Alma Lugar santísimo Espíritu Lugar santísimo Geist Heiligster Ort La idea es que un santo descubre el potencial que tiene en donde En su espíritu Seinem Geist Lugar santísimo Heiligster Ort Es un camino El camino No se había revelado antes de la cruz No se había revelado No se había revelado antes de la cruz Lo reveló el Señor Jesús Das hat el Señor Jesús ofrebat Ahora el dijo Jetzt sagt er Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la verdad Yo soy la vida Yo soy el camino Yo soy el camino El Atrio Atrio Yo soy la verdad Yo soy la verdad El lugar santísimo Heiliger Ort Yo soy la vida El lugar santísimo La gente tiene que llegar a los ménschen müssen wo gelangen Al San Cristo Pero tengo que contarle donde está la mayoría de la gente La mayoría de la gente Die meisten Menschen sind noch im Atrium Y el Atrio tenía Techo Hatte es ein Dach No No O sea que no están bajo cobertura Also sie haben keinen Schutz Para estar bajo cobertura tengo que entrar en el lugar santos Im Schutz zu sein muss man doch wenigstens in diesem heiligen Ort sein Me está comprendiendo Versteht ihr Menschen Ahora piensen por un momento Jetzt denk mal kurz mit mir nach ¿Por qué Dios no deja que la gente avance Ich glaube Gott nicht dass die Menschen vorgehen können oder weitergehen können Weil die Menschen dort hineingelangen ¿Y lo primero que había en Tabernáculo? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿El altar del sacrificio? Es war un altar de Opfergabe O sea que cuando uno llegaba al Tabernáculo Bedeutet man gelangt Lo primero que tenía que encontrar era con un altar de sacrificio ¿Qué es lo que ha hecho la iglesia hoy ¿Qué es lo que ha hecho la iglesia hoy Para hacerle el camino más fácil a la gente Um den Weg leichter zu machen für die Menschen Hemos quitado el altar de sacrificio ¿No es que la gente no se sacrifica Sieht ihr nicht mehr dass die Menschen sich nicht mehr opfern? No hablemos de ningún ministerio Presse Quantas reuniones tiene una iglesia en Alemania convencional a la semana ¿Cuántas? ¿Wie viele? Mayoría una Mayoría dos de oración y de lo que Aleluya ¿Y cuántas? ¿Cuántas horas se oran en la reunión de oración? ¿Wie lange bietet man en la gebetsnacht o la silla? Una hora de oración ¿Usted cree que basta con dos horas tres horas adoración a la semana? ¿Con un culto o dos cultos a la semana? No hay que no hay sacrificio porque el que no los va dejar entrar al lugar santo es Dios entonces el pastor se acomoda a los horarios de los hermanos para que la gente pueda llegar al lugar santo los querubines los querubines son los herzengel le dice no se puede entrar no pero si el pastor quiere que yo entre no pero si el pastor quiere que yo entre no se ha no se ha no se ha no se ha en el youtube y ponga mi nombre y ponga la palabra sacrificio y escriba mi nombre y me Das Wort Sacrificium, was Opfergabe bedeutet. Ich glaube, ich spreche über 30 Stunden über dieses Thema. Nur über dieses Thema, Opfergabe. Das sind viele Stunden. Necessitamos entrar an den Lugaren Sancton in diesem Heiligen Ort gelangen. Aber ohne Sacrificium kann man nicht entkommen. Auf eine Opfergabe geht das nicht. Ich spreche nicht, wenn ich nicht über den Santichin spreche. Ich spreche nicht über den Heiligen Ort. Allerheiligsten Ort. Also, in unserer Struktur gibt es etwas, was nicht fehlen kann. Eine Struktur Sacrificial.